servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute möchte ich euch zeigen wie ihr einen schatz in revendreth looten könnt beziehungsweise dafür auch ein cooles kleines neues pet bekommt das ist auch etwas was ich tatsächlich da ich ehrlich gesagt um pets und so weiter ich mich nicht so schere was ich jetzt gerade beim questen entdeckt hatte und wir wollen uns in diesem video mal angucken wie das geht wenn euch das video gefällt lasst gerne like und abo da aktiviert die glocke los geht es hier in revendreth bei den koordinaten 38 69 das ist hier links von dieser mauer und ihr findet da oben auf der karte den verlorenen federkiel der ist da markiert der schwitzert da oben links im bildrand rum bevor ihr aber dahin geht müsst ihr erst mal hier unten rein in die verbotene bibliothek so da steht dann so eine forscherin dazwischen die klatscht ihr einfach weg und dann hier auf dem tisch findet ihr eine ein fläschchen das ist hier die verbotene tinte die müsst ihr erst mal looten bevor ihr überhaupt mal irgendwas anderes macht danach wenn ihr die gelutet habt geht es nach draußen und dann einmal hier hoch und jetzt ist es im idealfall so dass ihr eine fähigkeit habt mit der ihr ein bisschen distanz überbrücken könnt also nach wenn ich jetzt nicht so dumm wäre und hier ständig runter fallen würde weil es auch leichter gehen soll jetzt springen wir hier einfach mal rüber dass wir hier hochkommen und laufen dann hier die mauer entlang lassen uns dann an dieser stelle hier runter fallen zack vorsichtig am besten nicht auf dem mount oder sonst was sonst fliegt ihr zu weit und dann haben wir hier den verlorenen federkiel den könnt ihr jetzt ansprechen der hat eine kleine dialogoption und wenn ihr dieses tintenfläschchen nicht habt könnt ihr nicht diese dialogoption auswählen wir haben aber das tintenfläschchen gefunden und jetzt bekommen wir das selbstfüllende tintenfass das aktivieren wir und damit können wir den verlorenen federkiel als pet beschwören gucken wir uns dann jetzt auch mal an sieht so aus ist eine schreibfeder ganz lustig eigentlich ist zumindest soweit ich weiß noch ein relativ uniques pet bzw gibt es nicht so oft da haben wir die feder wie sie rum flattert und ist grüne quali hatte die fähigkeiten überraschende wendungen arkanes schlitzen tiefe forschung oder spektralstachel sowie nimmermehr oder bleibt ein weilchen und hört zu magisches pet in sachen pet battles bin ich jetzt nicht der mega experte aber ich sage mal so es hilft euch zum beispiel auch den fortschritt aufzufüllen für ruf nach event res wenn ihr das als berufung habt könnt ihr gerne mitnehmen und wie bei allen anderen pets lässt sich das gute stück dreimal insgesamt einsammeln in diesem sinne ich hoffe ich konnte euch damit ein klein wenig helfen dass ihr ein neues pet in eure sammlung packen könnt wünsche euch noch einen schönen tag gehabt euch wohl passt auf euch auf und rein gehauen